Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic in einer weiteren Folge Scrap Set, die Show mit dem Lift, in der ich eure Erfindungen vorstelle. Ich bin hier immer noch an der Levelgrenze, wenn ich hier in die Richtung laufe, ihr seht es, ich stoße an. Und ich muss jetzt mir mal ein Fahrzeug von euch aussuchen, mit dem ich sicher, schnell und zuverlässig auf die andere Seite komme, beziehungsweise weiter in die Mitte, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, damit ich nicht hier an der Levelgrenze rumstehe. Genau, nehmen wir doch hier einfach mal diesen Bus vom Erik Exter, dieser Bus ist frei ausgedacht und soll einen Scania darstellen. Knöpfe, Blinker, dadadadadadadada, wichtig für YouTube. Wir haben den Bus zu zweit gebaut, undefiniert und Siteomics, wir wünschen viel Spaß beim Spielen und Weiterentwickeln. Okay, ich bilde das mal. Ach so, das hat nicht funktioniert Okay, weil der Bus hier an der Levelgrenze sonst anstoßen würde Okay, dann muss ich ein Stück nach vorne gehen Geht das jetzt? Jetzt geht es So, dann gucken wir uns das nochmal an, was die beiden da gebaut haben Das sieht schon mal, wie ich finde, sehr sehr imposant aus Also rein das Farb-Spiel gefällt mir schon mal sehr gut Das weiß, die blauen Fenster Ist schon geil Oh, hier ist auch nochmal Levelgrenze, verdammt Äh, okay, hier ist Levelgrenze Und hinter uns ist auch Levelgrenze Das heißt, wir müssen so, so da hinfahren Ne, hier ist auch Levelgrenze, oder? Ist hier nicht auch Levelgrenze? Moment Jetzt gucken wir uns das erstmal an Jetzt versuche ich erstmal da vorne einzusteigen, würde ich sagen Hier ist ein Knopf Jawoll Oh, oh, oh Ich werde weggeschoben Hä? Achso, der kommt wahrscheinlich auch nicht weiter, weil da wahrscheinlich die Levelgrenze ist Alles klar Ich würde sagen, bevor wir uns das ja mal angucken, fahre ich jetzt erstmal hier ein bisschen weg Die Eins ist bestimmt Tür schließen, oder? Ach nee, ein Blinker, guckt mal Ach, das ist ja geil Und sogar das Geräusch Tick, tack, tick, tack Das ist ja affengeil Das ist ein Warnblinker Guckt mal, Warnblinkanlage Ist hinten bestimmt auch, ne? Hinten blinkt es bestimmt auch Hinten kann ich es nur leider gerade nicht sehen Aber an den Seiten Man sieht es an den Seiten Das ist ja geil Ich finde das cool, wenn Leute die Logikblöcke So einbinden Dass da andere Funktionen bei rauskommen An die man vielleicht erst gar nicht denkt Das ist echt clever gedacht Muss man mal echt sagen Das gefällt mir echt gut Okay, die 3 ist der rechte Blinker Nicht schlecht Die 4 ist die Tür Okay, dann fahren wir mal los Ich fahre jetzt einfach mal in die Mitte Ein bisschen performance-mäßig Scheint es ein bisschen laggy zu sein Jetzt geht es aber schon wieder Wenn man sich von der Levelgrenze wegbewegt Die Levelgrenze zählt anscheinend als Wand Also das Fahrgefühl ist sehr gut Der Wendekreis ist vielleicht ein bisschen krass Aber sonst Vielleicht nicht nach rechts steuern Vielleicht eher nach links Sonst finde ich das eigentlich cool So vom Fahrgefühl her Ist auch nicht zu schnell Oh, ach, da ist auch Levelgrenze Hä? Also langsam komme ich gerade ein bisschen durcheinander Wo ist denn jetzt das Zentrum hier, verdammt? Langsam komme ich hier echt ein bisschen durcheinander Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung Weg von der Wand Ich hoffe, ich komme von der Levelgrenze weg Das ist jetzt gerade meine Mission Und danach gibt es nochmal ein bisschen musikalische Einlage Da habe ich nämlich auch schon wieder was zugeschickt bekommen Wo ich auch sehr gespannt drauf bin So, jetzt stoppen wir mal hier kurz Jetzt sind wir glaube ich weit genug weg von der Levelgrenze So, jetzt gucken wir uns den Bus mal von innen an Also ich muss sagen Von der Farbgebung her gefällt mir das richtig gut Auch so die Ideen hier mit diesen Timerblöcken da oben Das ist ziemlich geil Das sieht echt scharf aus Echt futuristisch und so Hier hinten ist sogar eine Bar Guckt euch das mal an Die Bar ist auch geil Die sieht auch richtig optisch aus Auch hier so mit diesem Abfluss Es sind ein paar sehr coole Bauideen drin auf jeden Fall Hier eine Küchenrolle Sehr schön Verschiedene Getränke Nicht schlecht Also mir gefällt das sehr gut Auch die Pflanze hier an der Ecke Also das ist so ein Deluxe-Bus so ein bisschen So ein Deluxe-Reise-Bus würde ich fast sagen Man hat auch genug Platz hier durchzugehen Hier ist bestimmt eine Tür Huch, ich hänge So viel zum Thema, man hat genug Platz um durchzugehen Ne, man hängt doch so ein bisschen hängt man fest Es ist ein kleines bisschen, ich glaube ein Block zu wenig Platz hier Um wirklich ohne festzuhängen durchlaufen zu können Oder ich laufe einfach nur komisch Das kann natürlich auch sein Okay, man muss wirklich auf dem Mittelstreifen richtig laufen Dann bleibt man auch nicht hängen Alles klar, alles klar So Dann machen wir mal die Tür wieder auf Die 4 war das Was ist eigentlich die 5? Was macht die 5? Ah, bei der 5 geht da hinten was auf Ah, bei der 5 geht die hintere Tür auf anscheinend Aber nicht ganz, die hängt irgendwie Die hat sich leicht verklemmt Was macht die 6? Wow Guckt mal, da gehen die Timer an Links und rechts Irgendwas ist da Irgendwas ist da passiert Wenn ich die 5 nochmal drücke Achso, nee, die 5 war ja Wenn ich die 6 nochmal drücke Was passiert denn? Das sind nur die Lampen, glaube ich Also die Timer, die da so rechts und links aktiviert werden Die 7, was macht die 7? Ah ja, Radio Und die 8 ist, glaube ich, nicht am Start Da passiert auch irgendwas bei der 8 Ich kann es nur leider nicht sehen Okay, Moment, wir drücken nochmal Die 6 und die 8 Dann steige ich mal aus Und gucke mir mal an, was da außen sich verändert hat Am Bus Ah ja, okay Hier hinten, der Motor Alles klar, der ist aufgegangen Äh, aber ansonsten kann ich jetzt nichts erkennen Oder ist hier, hat sich hier was verändert Nee, nee, das ist Das ist übrigens auch schön designt Hier mit den Dreiecksblöcken Die dann so einen Kühlergrill vorne erzeugen Nicht schlecht So, und hier ist ja auch noch ein Knopf Ah, die Gepäckablage Alles klar, die kann man auch von der anderen Seite öffnen Nice Okay, ein sehr schönes Gefährt Vielen Dank nochmal an Undefiniert und Seitox Für diesen coolen Bus Ist richtig cool Richtig futuristisch So, jetzt geht es wieder musikalisch weiter Hier eine weitere musikalische Abwechslung Keine Angst, ist das letzte klassische Stück Das nächste wird Hardstyle Oh Gott, ich bin gespannt Oder an die Freude Sollte jedem ein Begriff sein Denn es ist die Europa-Hymne Ja Ist auch noch aus anderen Bereichen ein Begriff Aber das werde ich vielleicht gleich noch erklären Hier habe ich das erste Mal mit drei Tönen gearbeitet Manche Töne klingen schräg Aber alles ist richtig eingestellt Muss an Scrap liegen Ja, es ist mir wie gesagt auch schon aufgefallen Bei Scrap Mechanic Also mit den Timern und so Manchmal werden Töne einfach verschluckt Das ist irgendwie seltsam Das ist irgendwie Scrap Mechanic Das funktioniert alles noch nicht so richtig Ist halt Alpha Wie immer ganz viel Kabelsalat Und ein Erbauer Der leicht überfordert war Nach 45 Stunden Verbinden und einstellen Alter 45 Stunden Ja Das sind zwei Tage Non-Stop Ohne Schlaf Ja Ich muss das nur mal so vergegenwärtigen Damit ihr einfach mal wisst Was das bedeutet 45 Stunden Ja Der hat zwei Tage quasi Also er hat das natürlich bestimmt verteilt Auf mehrere Tage Aber wenn man sich das so am Stück vorstellt Zwei Tage komplett da dran gesessen Ist der Wahnsinn Natürlich ist auch hier jeden Video Überhaupt das Warwerk zu verwenden Bei einer Vorstellung könnt ihr mich H-Hörnchen nennen Das H-Hörnchen Ein wahnsinniger Scrap Mechanic Buster Der Wahnsinn Das bilden wir mal gleich So Diesmal sogar mit Radio Design Das ist auch geil Darf ich mal sagen Dass das richtig geil ist So Und nun Müssen wir wahrscheinlich Hier vorne drücken Ich schätze mal schon Jetzt bin ich gespannt Ja krass Am Anfang habe ich erst So ein bisschen Probleme gehabt Überhaupt erst was zu erkennen Weil diese Blöcke so stottern Aber ich schätze mal Das Stottern von den Blöcken Hat den Effekt Dass der Ton länger gehalten wird Schätze ich mal Das ist glaube ich Die Motivation Oder dass da ganz So ein bisschen So ein kleiner Rhythmus entsteht Kann das sein Ich kann leider nicht reingucken Wir gucken uns mal an Oh Oh ja Das ist echt wie so Wie so ein Geflecht Wieder mal Nicht schlecht Ja vielleicht mal kurz Zu Der Ode an die Freude Von Ludwig van Beethoven Wird auch gerne in Filmen benutzt Ist unter anderem Das Thema Im ersten Sturb Langsam Film Sturb Langsam 1 Ja das Thema von Hans Gruber Quasi Und wurde auch Für die Trailer Von den folgenden Sturb Langsam Filmen Auch öfters verwendet Kommt glaube ich Auch im dritten Teil Ganz kurz vor An einer Stelle Wird es glaube ich Ganz kurz zitiert Aber nur ganz kurz So die ersten drei Noten Oder so Werden da ganz kurz Angespielt Auch im Uhrwerk Orange Auch ein sehr geiler Film Von Stanley Kubrick Da wurde das auch verwendet Übrigens die Verwendung In Sturb Langsam Geht tatsächlich auf die Verwendung In Uhrwerk Orange zurück Weil man sich gesagt hat Hey in Uhrwerk Orange Hat das so wunderbar funktioniert Mit diesem Stück Das machen wir in Sturb Langsam Auch einfach so Und dann hat der Michael Kamen Der Komponist An den Auftrag bekommen Das mit einzubinden Zusammen mit noch Weihnachtsliedern Und allem möglichen Kram Die dann die Basis Für die Musik Aus Sturb Langsam Eins Geformt haben Ich spiele das jetzt Nochmal ab Einfach mal Ich halte mal Den Knopf jetzt Wieder mal ein bisschen Länger gedrückt Jetzt habe ich ja Wieder nur so kurz gedrückt Ich halte jetzt mal Den Knopf wieder Ein bisschen länger gedrückt Und schaue mal Ob man das dann Noch identifizieren kann Ich muss mir Auf die Backe hauen Weil ich glaube das hört man Sonst nicht Hört man das Ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall Ja geil Tolle Sache Also selbst wenn ich Länger drücke Also wenn ich länger drücke Hat es fast noch besser angehört Hat der geschrieben Wie lange ich drücken muss Warte mal Das muss ich jetzt nochmal nachgucken Ne hat er nicht Okay Also ich fand jetzt Beim zweiten Mal Hat es besser geklungen Als beim ersten Mal Und da habe ich länger gedrückt Gehalten den Knopf Das erste Mal Da war das irgendwie Alles so abgehackt Jetzt das zweite Mal War sogar noch geiler Ja cool Geile Sache Auf jeden Fall Eine Wahnsinnskonstruktion Look Funktion Alles Da passt alles Muss ich ganz ehrlich sagen Es ist ein unglaublicher Aufwand Muss das gewesen sein Mit den 45 Stunden Der Hammer Wirklich der Hammer Und wie gesagt Kann ich an der Stelle nur sagen Ich finde das total geil Wenn Leute Melodien oder bekannte Sachen In diese Form bringen In diese Scrap Mechanic Form Bitte mehr davon Also wenn sich da welche jetzt Berufen fühlen Boah das kann ich auch Bitte macht das Und schickt mir das Ich stelle das vor Hörnchen der Knaller Der Musiker Der Musiker Der Scrap Mechanic Musiker Wir nehmen zum Abschluss Nochmal Was fliegendes Nach langer Bauzeit Ist es endlich fertig Das voll funktionsfähige Passagierflugzeug Ohne nervige FPS Einbrüche Kommt natürlich Auf dem PC an Bei uns läuft es Flüssig so lange Kein anderes Fahrzeug In der Nähe ist Zur Zeit haben wir Etwa 35 Stunden In drei Wochen An dem Flugzeug gebaut Um ins Flugzeug reinzukommen Haben wir auch noch Eine fahrbare Treppe gebaut Welche ihr hier findet Ja okay Das kann ich jetzt Schlecht aufmachen Es ist möglich Das Flugzeug alleine zu fliegen Jedoch müsste man Gerade beim Starten Und Landen Vom Pilotensitz Auf den Co-Pilotensitz Wechseln Oh das klingt wieder Sehr toll Deshalb es sehr nützlich Ist das Fahrzeug Zu zweit zu steuern Pilotensitz Schubdüsen Anliegen Okay ja gut Co-Pilotensitz Tür öffnen Schließen Fahrwerk ein Ausfahren Seitenruder Das ist ja witzig Eine Koopsteuerung Das waren erstmal Alle Funktionen Die sollen benötigt werden Wie ihr die Kreation Auf den Lift stellt Ist das Fahrwerk eingefahren Weshalb ihr zwei Stützen Das Fahrzeug gebaut haben Um den nötigen Platz Zum Ausfahren Des Fahrwerks zu haben Hinter der VIP-Launch Im hinteren Teil Befindet sich der Eingang In den Unterbau Des Flugzeugs Wo sich die gesamte Technik Befindet Huch Ist auch nach oben gescrollt Bei Fragen Und Anmerkungen Gerne Kommentare benutzen Oder eine PN schreiben Der YouTuber Spielbeer Ah das ist wichtig hier Der YouTuber Spielbeer VIP darf diese Kreation In seinen Videos Verwenden Und Vorstellen Des Weiteren ist es Erlaubt das Flugzeug Ohne weitere Rückfragen In anderen Videos Vorzustellen Solange wir Maltero 007 Und Launen Als Erbauer genannt werden Unsere Kreation Verlinkt wird Alles klar Maltero und Launen Dann wollen wir uns Das doch mal anschauen Oh ja Okay Ich war gerade kurz eingefroren Aber alles ist gut Ich lösche mal den Lift weg Da hat es auch wieder kurz gegangen Aber alles ist gut Alles ist gut Es funktioniert noch Es funktioniert noch Alles gut Jetzt gucken wir uns das erst mal Von außen an Uiuiuiuiui Das sieht ziemlich imposant aus Also cool sieht es schon mal aus Von außen Also kann ich mir schon vorstellen Dass da Über 30 Stunden Arbeit drinstecken Das kann ich mir sehr gut vorstellen Wenn ich mir alleine schon Mein Space Shuttle angucke Das ist ja immer noch nicht fertig Und wie lange ich da alleine Jetzt schon wieder dran sitze Ja das sind ja schon wieder 20 Folgen Die das schon geht Mit dem Space Shuttle Kann ich mir sehr gut vorstellen Dass das hier 35 Stunden gedauert hat Und mehr Schön mit dem M hinten noch drauf Maltero Maltero Airlines Nicht schlecht Also wie gesagt Ich werde jetzt Muss ich euch leider enttäuschen Ich werde jetzt leider nicht damit abheben Weil wie gesagt Koopsteuerung kann ich jetzt gerade nicht Geht gerade nicht Das funktioniert nicht Und ich schätze mal Wenn ich während des Fluges Aus dem Fahrersitz aussteige Wird das wahrscheinlich auch nicht so geil kommen Ich versuche mich jetzt auf jeden Fall Nochmal da rein zu begeben In euer tolles Flugzeug Und da nochmal das Ganze von innen abzuchecken Ich hoffe Oh Oh es tut mir leid Ich wusste nicht Dass die Tür so aufgeht Warte mal Komm ich da jetzt Scheiße Okay wir müssen den Lift nochmal wegnehmen Ja alles gut Alles gut Alles gut Nichts ist passiert Nichts ist kaputt gegangen Ist alles gut Gibt es eigentlich auch über der Tragfläche Wieder einen Notausgang Bestimmt So dann springen wir mal rein Na Moment Die Gangway wäre jetzt natürlich geil Die sie dazu gebaut haben Hätte ich mir doch mal noch mit zusätzlich runterladen sollen Habe ich aber leider versäumt Hopps Wir haben es geschafft Alles klar So Jetzt haben wir hier bestimmt ein Klo Bestimmt ist das das Klo Ich muss aber erstmal wieder zumachen Ah ja das ist das Klo Genau So gehört sich das Eine gute Toilette Mit ganz viel Klopapier Genau Damit über den Wolken Nichts das Klopapier ausgeht Weil wenn das Flugzeug erstmal in der Luft ist Dann die Klopapierrollen zu bekommen Ist ein bisschen schwierig Dann muss nämlich ein Tankflugzeug kommen Und so Air Force One mäßig dann andocken Und muss dann das Klopapier Über so eine Rutsche rüber schicken Und das ist ein bisschen schwierig So Hier haben wir das Cockpit Sehr geräumig Muss ich mal sagen Bisschen schlecht rausgucken kann man Ist ein bisschen sehr getönt Aber ich schätze mal Wenn man Moment Wenn man hier Ja guck mal Wenn man so Ach es ist schon am weitesten rausgezoomt Ach du Scheiße Das Steuern wird dadurch glaube ich Nicht einfacher Okay Geh mal kurz raus aus dem Sitz Ich starte mal Ich finger mal hier nicht rum Ich starte mal noch nichts Will mir erstmal alles angucken Ah ja Was haben wir denn hier Okay Das ist anscheinend so eine Art Gepäckablage oder sowas Das ist auch schön Drei Reihen Drei Sitzreihen Aber kein Notausgang Fällt mir gerade so auf Im Vergleich Wir hatten ja schon mal ein Flugzeug Da gab es einen Notausgang Über dem Flügel Hier gibt es keinen Hier ist Erst der Stewardess Kann das sein Hier hinten Die zwei für die Stewardessen Ich glaube schon Was ist das Ah erste Klasse Boah mit Bildschirm hier Guckt mal Okay der Switch macht nichts Sehr geil Automated Facilities Nicht schlecht So jetzt versuchen wir mal Vielleicht doch noch mal Ein bisschen zu fliegen damit Ein kleines bisschen Vielleicht mal noch die Luke zumachen Ha Der Lift noch Weggelöscht Nice So Ich versuche das jetzt einfach mal Vielleicht hebe ich ja ab Ah guckt mal Man kann es Ungefähr erahnen Wie die Steuerung gemeint ist Wenn ich das jetzt so zeige Während das auf den Stelzen steht Guckt mal Wenn ich jetzt hier nach links Also wenn ich jetzt D drücke Neigt es sich so Wenn ich A drücke Neigt es sich so Wenn ich nach vorne drücke Kriege ich bestimmt einen Schub Ah und wenn ich S drücke Guckt mal Dann zünden die unteren Düsen Das ist auch cool Dann kriege ich quasi den Auftrieb Ja man kann es so ein bisschen Erahnen Wie es gemeint ist Und wenn ich Wenn ich W drücke Sinkt es wahrscheinlich nach unten Ja da zünden die hinteren Düsen Guckt mal Ja Okay Ja coole Steuerung auf jeden Fall Also ich bin mir Hundertprozentig sicher Dass das funktioniert Wenn man es richtig macht Und wenn man dann vielleicht Auch noch einen Co-Piloten hat Der dann da entsprechend Auf dem Sitz sitzt Bin ich mir hundertprozentig sicher Dass das super funktioniert Ich habe das bestimmt Richtig geil austariert Ich kann es leider jetzt Wie gesagt nicht testen Weil ich halt auch Keinen zweiten Mann Gerade am Start habe Insofern ja Von außen optisch Finde ich es geil Ich finde es gut gestaltet Und gefällt mir sehr gut Und ich würde sagen An der Stelle sind wir auch Schon wieder am Ende Dieser Folge Scrap Set Wir sehen uns wieder In der nächsten Folge Scrap Set Mit euren Erfindungen Schickt sie mir Im Kommentarbereich Per YouTube PN Oder per E-Mail Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao